Digitalisierung verändert die gesamte Gesellschaft, deswegen muss auch die gesamte Gesellschaft entscheiden, in welche Richtung. Ich bin in dem Bündnis, weil wir zwar alle aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, aber uns ein gemeinsames Ziel eint. Wir wollen die Frauen in der Digitalisierung sichtbar machen. Wir sind in Deutschland kein digitaler Vorreiter. Wir müssen uns verändern und dort, wo man breite Veränderungen braucht, braucht man alle Köpfe. Und dafür brauchen wir auch die Frauen. Wir engagieren uns dafür, dass Frauen in Tech ganz selbstverständlich sind, denn viele von ihnen wissen vielleicht nicht, die ersten Programmierer waren weiblich. Programmieren war noch bis in die 80er Jahre ein typischer Frauenjob. Meine kleine Tochter programmiert jetzt schon gerne. Ich hoffe, dass sie das auch in der Zukunft noch tut. Und dafür müssen wir junge Mädchen begeistern, dass sie wichtig für die Digitalisierung sind. Ich wünsche mir Kinderbücher, die mit den klassischen Rollenbildern brechen und Mädchen zeigen, dass sie auch Feuerwehrfrau, Astronautin oder auch Data Scientist sein können. Ich habe eine Tochter und ich möchte gerne, dass es für sie genauso selbstverständlich ist, Digitales zu nutzen wie für meinen Sohn. Und ich glaube, wir arbeiten besser in gemischten Teams. Ich bin für mehr Frauen in der Digitalisierung, denn 17 Prozent Frauenanteil in den IT-Berufen, das ist einfach zu wenig. Wir brauchen gemischte Teams, denn gemischte Teams sind vielfältiger, innovativer und dadurch besser. Ich bin Programmiererin im Quereinstieg und dieser Weg wurde mir ermöglicht durch das Engagement von einzelnen Menschen und von mir selbst. Dieser Weg ist nicht für alle so realisierbar. Ich möchte, dass junge Frauen und Mädchen selbstverständlicher über den regulären Bildungsweg in die IT gehen. Ich wünsche mir, dass künftig kein Mädchen die Entscheidung treffen muss, ob oder wie sie Informatikunterricht erhält. Ich wünsche mir, dass es ganz selbstverständlich ist, dass sich Mädchen und junge Frauen mit diesem Thema auskennen und dass ihr privates Umfeld und die Werbung sie nicht davon abhalten kann. Ich bin im Bündnis, weil ich mich für Frauen in Berufen einsetze, in denen sie heute noch unterrepräsentiert sind. Es gibt sie nicht, die männlichen Berufe. Es gibt nur die Unterrepräsentanz von Frauen. Wir brauchen bei der Entwicklung von neuen Technologien die Stimme der Frauen, damit wir auch ein gerechtes und ein transparentes System schaffen, unabhängig von der Herkunft und auch unabhängig vom Geschlecht. Ich habe selbst 15 Jahre in der IT-Industrie gearbeitet. Immer wieder sind mir Vorurteile begegnet, wo man mir meine Kompetenz in diesem Fachbereich absprechen wollte. Immer wieder ist mir aber auch begegnet, dass Produkte und Dienste entwickelt worden sind auf der Basis von Männerdaten, von Männern und für Männern, die dann für Frauen gar nicht gepasst haben. Digitalisierung ist eines der wesentlichsten Zukunftsthemen und bietet unglaubliche Chancen für unser Land, für unser Unternehmen und für uns als Frauen. Damit wir hier gemeinsam maximal erfolgreich werden, brauchen wir Sie, brauchen wir Ihr Talent. Deswegen trauen Sie sich, seien Sie dabei. Frauen sind im Moment in der Digitalisierung unterrepräsentiert, vor allem auch in den Daten. Also ganz viele Versuche, die unternommen werden, ganz viele Forschungen, die unternommen werden, die zielen eben nicht auf Frauen ab. Und deswegen ist es wichtig, dass Frauen berücksichtigt werden, aber auch Frauen forschen und Frauen weiterentwickeln, weil das eben auch ein Aspekt der Digitalisierung ist. Ich setze mich für mehr Frauen in der Digitalisierung ein, weil es mir wichtig ist, einen Beitrag zu mehr Diversity und Chancengerechtigkeit in der Welt zu leisten. Ich möchte weiblichen Talenten Mut machen, ihre berufliche Laufbahn in technischen Feldern zu suchen und sie anspornen, sich aktiv einzubringen. Um die digitale Transformation auszugestalten, um die Herausforderungen anzugehen, die vor uns liegen, braucht es für alle mehr Agilität im Kopf. Agilität im Denken, Agilität im Kopf. Und die fordert und fördert Diversität und umgekehrt. Bereits heute sind immer mehr Frauen in der Digitalbranche erfolgreich. Als Start-up-Gründerinnen, als Coderinnen oder als Managerinnen. Das ist ein guter Anfang. Aber wir müssen mehr tun. Wir müssen Mädchen schon im Schulalter für MINT-Berufe begeistern, indem wir die Erfolge von Frauen in der Digitalbranche sichtbarer machen und dadurch Vorbilder schaffen. Ich bin zwar nicht mit dem Informatikbeinen ins Leben gestartet, aber in den letzten Jahren richtig in die Themen eingetaucht. Und es macht einen irre Spaß, Digitalisierung aktiv zu gestalten. Frauen können Digitalisierung. Mehr Frauen in der Digitalisierung sind wir stärker, innovativer und nachhaltiger. Und dafür steht She Transforms IT. Und dafür steht She Transforms IT.